Hi Leute, in dem Video heute gibt es noch mal ein persönliches Update. Mein letzter Tag heute aus Sri Lanka hier bei Benjamin. Jetzt geht es nämlich zurück nach Deutschland. Ich habe hier jetzt den Winter eine total schöne Zeit verbracht. Es waren jetzt zweieinhalb Monate oder so, wo ich auf Sri Lanka war. Und heute ist mein allerletzter Tag hier bei Benjamin. Und wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut euch mal die anderen Videos an. Die sind auch in der Infobox verlinkt. Wir haben hier einen wunderschönen Retreat gehabt. Jetzt am Ende noch so zum Abschluss. Also es war echt perfekt. Die Gruppe war wunderschön. Also das war auch spontan dann. Ich wusste noch nicht, ob ich dieses Jahr im Winter einen Retreat mache. Und dann bin ich hierher gekommen, irgendwann im Dezember. Und dann haben wir spontan gesagt, hey, es bietet sich einfach an. Es ist so eine traumhafte Gegend hier. Und dann haben wir einen kleinen Fasten-Retreat gemacht. Acht Tage. Also wer sich dafür interessiert, könnte auch einfach mal unten in der Infobox schauen. Da ist verlinkt die Sangha-Seite, die Gemeinschaftsseite. Und ja, es war echt eine tolle Zeit einfach. Es war eine schöne kleine Gruppe. Wir waren acht Leute zusammen. Und es ist so viel passiert. Es war einfach eine wunderschöne Zeit. Und ich fand es besonders schön bei dem Fasten, weil jeder auf sich gehört hat. Teilweise waren sogar vier Leute dabei, die das erste Mal gefastet haben. Und für die war es eine wunderschöne erste Fastenerfahrung. Und jeder hat da individuell, was ich so schön halt fand, auf sich gehört, wie lang er fasten soll. Also es sind drei Fastentage vorgesehen bei dem Retreat. Und es sind acht Tage insgesamt, zwei Auf- und Abbautage. Und ja, jeder hat da wirklich auf sich gehört. Der eine oder andere hatte schon eher angefangen. Jetzt war auch jemand dabei, der Trockenfasten gemacht hat. Ja, über sieben Tage. Und schon am Fasten war, als er angekommen ist. Und es ist echt einfach wunderschön, dass da jeder selber so auf sich gehört hat. Und ich habe noch ein anderes Video dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob es vorher oder nachher online geht. Aber da ging es um Wettkampf. Dass es mir hauptsächlich auch bei den Retreats darum geht, dass Fasten kein Wettkampf ist. Bei dem einen passiert in zwei Tagen so viel wie bei einem anderen in zwei Wochen Fasten. Das ist total individuell. Und man sollte einfach auf dem Körper hören, ob es gerade der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist auch das, was ich da immer gern vermitteln möchte. Ja, und es war einfach echt eine schöne Gruppe, schöne Zeit hier. Wir haben auch noch Lagerfeuer gemacht und die Gegend hier im Dschungel. Das ist einfach genial. Flüsse hier neben dran, Wasserfall und das Baumhaus, alles. Das ist einfach traumhaft. Und ich freue mich auch hier dann wieder herzukommen und eventuell wieder einen Retreat hier zu machen. Und mal schauen, was sich da so ergibt. Also das war echt... Und auch vorher, die Zeit hier war echt schön. Ja. Vorher bin ich noch... Erst bin ich zwei Wochen rumgereist. Hier mit Freundin aus Sri Lanka und ein bisschen was angeschaut. Ella und Handy. Und dann ging es... Ja, zu Benjamin bin ich dann allein weiter. Und war jetzt hier dann ja zwei Monate. Ungefähr. Oder eineinhalb. Ich weiß es gar nicht. Ja. Und morgen ist jetzt Abpreise nach Colombo. Und dann geht der Flieger zurück nach Frankfurt über Doha. Und ich freue mich auch schon wieder unglaublich auf Deutschland. Ich freue mich da wieder Family und Freunde zu sehen. Und alle einfach. Und dann freue ich mich auch wieder auf die... Ich freue mich sogar auch wieder ein bisschen mehr zurückzuziehen. Auf weniger Licht. Einfach mehr Zeit. Ein bisschen zu reflektieren. Nicht mehr so viel draußen sein. Und ja genau. Webseite wollte ich neu gestalten. Jetzt neue Domain. ium.world Da wollte ich dann jetzt langsam umschalten, die aufbauen. Und genau. Das wollte ich jetzt alles schön in Deutschland dann wieder angehen. Und da freue ich mich total drauf. Hier total schöne Bilder gemacht. Und die wollte ich dann auch auf die Webseite stellen. Und schauen, wie ich das Ganze gestalte. Und ja, ich freue mich einfach unglaublich drauf. Und ich freue mich auch auf das Jahr. Weil ja, eins so ein Ziel, was ich dieses Jahr auf jeden Fall machen wollte, ist mehr Gemeinschaft zu bilden. Und mehr Community aufzubauen. Und es ist ja schon jetzt so die ganzen letzten Jahre immer mehr am Laufen. Auch jetzt mit den Retreats, mit der Sangha-Seite. Sangha bedeutet auch Gemeinschaft. Kommt aus dem Sanskrit, genau. Und es ist halt wirklich schön zu sehen, was sich jetzt bei den Retreats auch immer ergeben hat. Also beim Sommer-Retreat waren ja Arthur und Martin dabei. Einen schönen Grüße, wenn ich es übrigens schaffe. Und die waren dann auch wieder, ja, beim Fasten in der Rhön dabei. Und jetzt beim Fasten in der Rhön war auch Chantal dabei, die jetzt wieder dabei war. Und die haben sich jetzt untereinander auch ausgetauscht und treffen sich jetzt wieder in Thailand. Und es ist wirklich schön zu sehen, wie sich da immer mehr zusammentut und so ein, ja, einfach so eine Gemeinschaft entsteht. Und immer mehr Austausch. Und ich wollte jetzt auch eine Facebook-Gruppe starten. Beziehungsweise, ja, die müsste jetzt schon angelegt sein, wenn ihr das Video schaut. Und ich verlinke es da drunter. Also schaut auch mal in der Infobox, wo ihr einfach eintreten könnt. Eine allgemeine Gruppe. Ja, für alle, die hier auf dem Weg so sind. Auf dem, wie man es nennen mag. Einfach auf einem bewusst werdenden Weg. Rohkostleinigungsweg. Oder einfach in diese Richtung gehen. Selbstverantwortung zu übernehmen. Und dann ein bisschen Austausch suchen. Und ich fände es auch schön, dann auf Dauer in Deutschland einfach irgendwo einen Punkt zu haben, wo sich einfach nur ganz klein kann das auch anfangen. Das kann dann, das wächst dann eher automatisch ganz schön und organisch. Kann einfach nur eine WG sein, dass sich das dann langsam weiterentwickelt. Einfach nur eine Wohngemeinschaft erstmal. Vielleicht, ja, einfach ein Haus, wo jeder zusammen mietet. Und ich glaube auch jetzt, genau, Ramona hat es glaube ich auch erwähnt. Und das Dennis im Wald. Die haben jetzt anscheinend auch so eine Wohngemeinschaft. Ich weiß nicht. Ich habe nochmal ein Video reingeschaut. Und das fand ich auch total cool. Und so in der Art. Einfach, dass wir uns immer mehr verknüpfen und da immer mehr Austausch stattfindet. Und das ist wirklich so, das tut so gut. Ich merke das immer wieder bei den Potlucks, den Leuten, wenn die sich austauschen. Und vor allem dann auf Dauer dabei zu bleiben. Das hilft den Leuten so unglaublich weiter. Und deswegen, ja, ich habe jetzt mal eine Facebook-Gruppe eben angelegt für alle Leute, die auf diesem Weg sind. Genau. Und dann gibt es noch eine andere Facebook-Gruppe vom Happy-Life-Kurs. Genau, das ist die, alle, die im Happy-Life-Kurs sind. Und noch eine Gruppe für die Leute, die bei den Retreats waren, die sich da auch nochmal austauschen können. Das ist wirklich schön so. Chantal trifft sich jetzt halt auch wieder mit Arthur in Thailand. Und ja, Chantal war ich jetzt dann auch hier lange Zeit. Und es ist echt einfach schön, wie sich da immer mehr zusammentut, wie man sich da gegenseitig unterstützt. Und wie da so ein ganz neues Feld geschaffen wird. Ja, und da freue ich mich drauf, dass einfach 2018 dann mal, wollte ich auch in Deutschland dann mehr, immer mehr da mal schauen. Weil gerade in Deutschland ist es eben so, man fängt dort an und ist auf dem Weg. Und dann, wenn man sich, ja, bis jetzt gibt es nur die Potlucks. Ich fände es auch schön, wenn immer mehr noch so eine Gemeinschaft entsteht, wo immer bewusster gelebt wird, gesünder gegessen wird, der Körper langsam gereinigt wird und man auf diesem Bewusstseinsweg einfach weitergeht und diese Selbstverantwortung übernimmt. Ja, das ist so ein Ding, wo ich so den Samen setzen wollte 2018. Und das weitere Ding ist, der zweite Samen, den ich setzen wollte 2018 ist, dass ich Schulprojekte starten wollte, wo Kindern einfache Mittel an die Hand gegeben werden, ganz einfache Techniken. Fünf kleine Übungen habe ich da entworfen und dazu kommen aber dann noch extra Videos, wo ich das dann mal vorstelle und würde mich da riesig über euer Feedback freuen. Und ich dachte da wirklich einfach, ja, in Schulen zu gehen und wirklich dann vielleicht über einen Verein auf Spendenbasis, dass man da, ja, irgendwie einen Pädagogen oder wen auch immer anstellt. Und wo du dann mit, ja, ein paar Euro, wirklich nur mit einem Euro einem Kind beibringen kannst oder zeigen kannst, die Mittel an die Hand geben kannst, dass es später im Leben einfach standhaft ist. Und mir geht es dabei wieder Individuen zu schaffen, bei denen es egal ist, die nicht irgendwie vertätschelt werden müssen, um irgendwas zu machen, sondern die selbst so standhaft in sich sind, dass es egal ist, durch was für ein System sie gehen. Und dass sie so selbstbewusst und standhaft und einfach die Möglichkeiten und Mittel an die Hand gegeben bekommen, dass sie einfach im Sturm tanzen, im Regen tanzen, völlig egal, was kommt. Und bei vielen Kindern sehe ich heutzutage, ich gebe ja auch jetzt seit Jahren Inliner-Kurse an den Schulen und ich sehe einfach, wie die Kinder sich entwickeln und was für einen Einfluss das hat, was die Eltern machen. Und ich möchte einfach, dass die Kinder wieder selbst Mittel an die Hand bekommen, ganz einfach Meditationstechniken, dass du deine Gedanken beobachtest, dass sie wieder ein anderes Bewusstsein entwickeln und dass diese Kinder wirklich, das ist wie wenn sie Fahrrad fahren, wenn du irgendwie so am Schwanken bist und nicht mal das Gleichgewicht hast, dann kannst du dich nicht umschauen, das Leben nicht genießen. Wenn du gelernt hast, wenn du Fahrrad zu fahren, wenn du die Balance hast, dann kannst du anfangen zu leben, dann kannst du springen, dann kannst du über Sprungschanzen springen, dann suchst du nach Herausforderungen, dann suchst du was, was Spaß macht und gehst ein ganz anderes Leben. Und ja, das möchte ich Kindern einfach wieder mehr ermöglichen, aber dazu kommen noch viel mehr Videos. Ich habe mir das schon ganz, ganz ausführlich im Kopf entwickelt und möchte es dann einfach mal nach draußen geben, noch viel klarer und genauer. Das war jetzt nur mal ein kurzer Anschnitt. Und damit wollte ich 2018 beginnen, weil ich meine, ja, die Kinder, es ist die Generation, die die Welt verändert. Die Kinder sind die Zukunft und sind auch so flexibel und so, ja, so kraftvoll, so einflussreich. Und wenn die Kinder wieder die Möglichkeit heutzutage haben, sich frei auszudrücken und richtig zu entwickeln, dann ist da so ein Potenzial drin, was einfach die Welt verändern kann. Und das ist mir einfach eine ganz wichtige Sache zu 2018, die ich einfach als Herzensprojekt so starten wollte. Genau, aber dazu wird dann in den nächsten Monaten mehr kommen und ich freue mich, wie gesagt, total drauf. Bin da gespannt, was ihr das sagt, für ein Feedback da gebt. Werd die Videos dann wahrscheinlich hier erstmal auf den Kanal hochladen. Und da die ersten Samensätzen, das ist das 2018, Samen für Gemeinschaftssätzen und für Austausch und dann für dieses Schulprojekt mit den Kindern. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, wie das wird und ich freue mich jetzt auch total wirklich wieder nach Deutschland zurückzukommen. Auch wenn die Zeit hier richtig schön war. War echt genial. Ich habe die Zeit hier sehr genaust. Ansonsten macht's wieder mal gut und bis zum nächsten Video aus Deutschland und schöne Grüße. Ciao. Ciao.